Das freut mich Ich hab das Rasiermesser, das macht mir irgendwie Schaden und dann... Dadurch wirst du stärker sein Leertassen-Item Also, nicht unbedingt Gut Außer du hast extrem viele Leben und willst ein paar investieren Ich weiß halt nicht, ich glaub, ob es auf tieferen Ebenen ein ganzes Herz schaden macht oder immer noch nur ein halbes Oh, ich könnte hier um Schlüssel spielen Komm schon, gib mir einen Schlüssel Ich will nicht an dir spielen Ach Gott, dieses... Olli hat den dicksten Laser, oh yeah Ich wollte schon immer mal so einen dicken Laser haben, ganz ehrlich weil ich immer Bilder davon gesehen hatte, aber nie selbst einen hatte Ehrlich gesagt ich auch, ey Jetzt ausgerechnet Kommt es Danke, Isaac Gott Danke Das liegt an dem Seed Den haben wir gut zusammengestellt Deine Lieblingszahl Dann zwei Zahlen, die der Chat gesagt hat und dann noch einer von mir Ja, das Beste Uns allen Das Beste Richtig Was jetzt? Eine Okay, ich geh jetzt einen Raum clearen Würfel das dann neu Und wenn dann nichts cooles drin ist Oh, der war... Ja gut, ich hätte gern noch einen zweiten Schlüssel Ah, da ist ein zweiter Schlüssel Oh, 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 oh Ich hab Flat Penny gefunden Das heißt, ich bekomme hier ordentlich Schlüssel Richtig Oh, stimmt Oh, den hätte ich auch gern Wo ist denn der getroppt, Holly? Ah, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht mehr Irgendwo hier Wahrscheinlich haben wir ihn einfach übersehen und ich hatte ihn Ich glaub der Automat hat ihn mir getroppt, kann das sein? Eigentlich nur diese blauen Automaten troppen, sowas Eigentlich schon, ne? Upsi Ja, ganz viele Schlüssel Äh, der Multi Twitch Link ist im Titel Dann könnt ihr beide Seiten gleichzeitig... Oh, jetzt nehmen wir mit das Kältekreuz Kältekross Warte mal Trotz Nervenzusammenbruch Heißt es, du hast jetzt den neuesten Friday, äh, Five Nights at Freddy's geguckt Der ist gut Weil ich hasse das, Videos vorproduzieren Kennst du das, wenn du Videos vorproduzierst Und dann weißt du nicht mehr, was du da gesagt hast Oder vielleicht dachtest du dir, hey, das schneide ich eh weg Und dann lässt es drin, wie du nackt Pizza bestellst oder sowas Das hatte ich immer, die Sorge Ja, ich produziere kaum vor, deswegen Ne, ich hasse das, deswegen produziere ich eigentlich nicht vor Und wenn ich das mache, bin ich immer unsicher So, ähm, ich hab hier diese Dinger bekommen, die meine Augen offen halten Was machen die denn nochmal? Die machen, glaub ich, nur Shot Speed Up Das war, glaub ich, ein Anzeigefehler, dass die Tiers abmachen Schauen besser auf der Seite nach Und Shot Speed Up willst du ja nicht, je nachdem, ob du jetzt noch Seed to Tart oder sowas bekommst Oh, Shot Speed Up, ja, ne, ne, ist nicht sexy Schau lieber nach, also stand, steht Shot Speed Up halt Ja, steht's Okay Da steht Shot Speed Up dort Habe ich dich gut gewarnt heute, hab ich dich gut gewarnt Ja, richtig, richtig So, bist du schon beim Boss oder was? Ne, ne, bin ich noch nicht Ich such grad den Boss, ich weiß nicht, wo er ist Oh, der ist ganz rechts oben Damit will ich dich nicht abdenken Äh, ne, der ist ganz links unten Äh, ja, kannst du auch hingehen Der ist ganz oben 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 So, jetzt bin ich da Oben? Und es ist die Superform von irgendwas Von Monstro, die schwarze Form So Wow Oh Gott Ich soll da vielleicht auf den Stream gucken Äh, auf meinen Und wir bekommen Little Gish Oh, ich will, ich will ihn auch finden So, und jetzt schnell die Mom töten Mal eben Komm, 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 komm Ja, das ist jetzt aber richtig gut Ich find's auch richtig gut, dass du jetzt effektives genommen hast Ja Das ist jetzt wirklich so ein So ein Run, wo beide richtig gute Sachen haben Ganz unten links hast du gemeint Ne, ne, ganz oben links So, oben links einfach Oben links, dank, und dann ist er da Ich glaub, unsere Ebenen sind unterschiedlich Ich hab nämlich kein oben links Was, hä? Hä? Dann ist es unterschiedlich Wupsi-dupsi So, warte, die Pille hatten wir auch schon Und das ist Friends Till The End Das ist eine sehr gute Pille Weißt du, was ich auch richtig gut finde beim Community Remix Mod Dass das Polaroid ein Item ist, das du aufhebst Und du einfach hast, weißt du Das ist kein Trinket oder sowas Okay Das ist richtig gut Da hast du dann Platz für noch ein Item Das ist eine richtig gute Sache Ja gut, davor kann man das hier nur mit dem Trinket machen Äh, mit dem Doppel-Trinket-Slot Oh, hier ist sowas auch nicht Oh ne, ich will ihn finden Yes, ich habe Zeit zu flüchten Oder zu entkommen oder sowas Äh, Vorsprung zu haben oder so Ich denk grad nur noch ans Essen, tut mir leid Es steht hier rechts Oh, ich hätt ihn jetzt bei kommen gehen sollen Ah, der will Herzen von mir, kriegst du aber nicht Komm schon Aber ich mach nicht zu viel Schaden Äh, langsam mach ich weniger Schaden Schaden wird einfach weniger Die in den Runden hätten alle Ich glaub die Gegner werden ja auch stärker, ne? Von Ebene zu Ebene Oder die halten mehr aus? Du musst da nicht zu streng sein Was? Die halten pro Ebene? Ja, also die Gegner bleiben immer gleich Aber es sind halt dann stärkere Gegner, die kommen Achso, okay Okay So, hoffen wir einfach mal, dass es wirklich links ist Ah doch, man geht letztendlich dann doch nach links oben Ist doch dasselbe Ah, hier ist auch der Flat Penny Perfekt Perfekto Uno, dos, tres Oh ne, ich kann noch alle Kisten öffnen Aber dafür hab ich keine Zeit Dein Holly ist on the way Ah, gib Schiss da Oh man kann Trinkets droppen Ach, Trinkets kann man auch einfach so droppen Oh cool Soll ja auch ein Isaac möglich sein, ne? Alle Items wegzuschmeißen und sowas Einen Rebirth meinst du? Ja, ja, ja Ist ja Isaac Oh, ein Battler Hat sich da doch noch gelohnt, die Ebene ganz abzusuchen Da haben wir ja Kleiner, gib mir Da haben wir noch einen Gipsch, der alles verlangsamt Ach, du bist gar nicht in die nächste E... Hä? Bist du jetzt auch schon in The Bomb? Ich bin in The Bomb und ich hab die X-Ray Vision Nice Definitely doch cool Na komm schon Würdest du bitte sterben? Danke Oh, haben wir das Schutzschild bekommen Diamonds Wow, dieser Run Unglaublich Unglaublich Neuhüffeln Willkommen dafür Mutters Unterwäsche Müssen auch das Polaroid mitnehmen Hat sich jetzt richtig gelohnt Und gehen direkt zum Boss und alles mögliche Oh Gott, wo ist der Boss? Bist du bei The Bomb oder was? Ja, ich bin jetzt bei The Bomb Oh fuck Ist aber nicht gut Ja, ne, ist überhaupt nicht gut Ne, das ist überhaupt nicht gut, Mann Das wird hier ganz ungemütlich Das wird hier ganz ungemütlich Damit kannst du den Teufelsraum auch öffnen Echt jetzt? Aber es ging nicht Achso, also nicht Achso, das war ne Lüge Ich wurde mal wieder angelogen Wie so oft in der Binding of Isaac von den Comtan Und dann fragt ihr noch, ob wir die Community mögen Nach Scheuchen Nach Scheuchen Lügen So, komm her, komm her Öffne dich Seh nicht Derpy aus Ich hab keine Zeit Geht doch So Isaacs Fork Ja, gerne Aber geht nicht Hast du schon The Bomb 2? Ähm, ich bin, ja Nein, ich bin Nummer 1 Aber ich bin hier am Klieren Weil ich hab da dem Teufelsbettler Herzen gehabt und ich dachte Vielleicht finde ich noch ein paar Herzen Ein Teufelsbettler Herzen geben Oh ne, jetzt werd ich richtig hektisch Ich werd noch sterben Komm schon, komm schon, komm schon Na, ich hab noch viele Leben aber trotzdem Oh, da ist ein Teufelsbettler Genau, den hab ich jetzt voll zu der Herzen gegeben Ja, und nicht aufgepasst Ach, die Super-Super-Super-Mega-Wurm-Form So Aber ich kann ihn, glaub ich Mit einem... Komm schon Ein heiliges Herz So, wo ist die... Ah, da ist der Boss Mit dem Laser das Schwänzchen zu treffen ist echt anstrengend Da! Was denn, was hab ich gemerkt? Ich bin... Ich hatte doch... Ach so Ach so, ja, ja, ja Aber ich würfel das jetzt mal Und bekomm Dog-Food Yeah Uh, voll unfair Meine Freundin kommt jetzt und gibt mir auch Tipps Oh, uh Ähm Okay, ich geh einfach ganz schnell weiter Hoddy ist direkt jetzt mit mir vor Hoddy Ja? Ich hab grad die Ebene gewechselt Du auch wahrscheinlich Ja, ich bin in Utero 2 Yes Ach du? Auch Ja, hab grad auch Schaden bekommen Oh, ohne Geheimraum gefunden Das gefällt mir ganz und gar nicht Wir müssen uns beeilen Wahrscheinlich schafft jetzt keiner von uns beiden den Boss Ja Wenn wir uns so beeilen Ja Kaum mehr Leben und so Und jetzt hab ich noch ne Superform Verdammt Komm schon, töte die Töte die Einmal durchschießen Das ist geil Nein Hier mit dem Laser durch Envy zu schießen Kann man alles aufplatzen lassen Wie eitrige Eiterpickel Du hast ja nicht eine Map oder ein Kompass oder so Oh, Envy Äh, ne leider nicht Ich hab eine Attack Fly Oh Beziehungsweise, ja ich glaub das We roll ich die? Ne, ich nehm die mal mit Komm her Forever alone Attack Fly Wow Neiße So, was ist das hier? Der Tower Der Tower Ach, wir klütschen die Tür fest Ne, friends to the end Oh, bitte, komm schon, bitte, 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 bitte Ich hab auch nichts mehr getroppt Ich muss jetzt unbedingt zum Boss Unbedingt Yes, hab den Boss gefunden Oh, nee Wo ist er denn? Ich bin glaub ich in die komplett falsche Richtung gelaufen Obwohl ich eigentlich auch Endy hatte Ah, das ist der Boss Bei mir oben links Jetzt bin ich auch Sehr gut Aber ich mach anscheinend ein bisschen weniger Schaden als du tatsächlich Oder bin langsamer durch mein Item Ja Aber wir machen genau so viel Schaden einfach Also ich mach, also bei mir ist jetzt Ah fuck ich krieg Schaden, unnötigen Schaden So er ist tot Alles klar Ähm Oder Mutters Herz Ne Mutters Herz Ne also ja, it lives, it lives, it lives So Und ich würd sagen wir gehen in den Himmel Uh Direkt der Geheimraum Mit Sacred Heart Okay Und noch ein Silberherz Und in den Himmel Oh je Oh, welche Richtung bist du gegangen? Ähm, ich geh jetzt nach rechts in den Himmel Ähm Aber ich glaube echt, dass meine Tombo Was? Bei dir kann man nach rechts? Bei mir kann man nur nach links und oben? Bei mir kann's rechts Okay, dann haben wir Unterstück hier hinten Achso, beim Geheimraum Geheimraum ist rechts Achso Naja, gut Ich mein nur in welche Richtung du gegangen bist Ja Hm Oh ne Schaden Oh ne Schaden Ich hab unnötiger Schaden Unnötiger Schaden Raus hier Oh scheiß, hier ist kein Gegner Äh, hier ist kein Boss meine ich Ey, dieser Run Ich will nicht, dass er aufhört Ganz witz Tiers ab noch Zack Meine Fresse Ja, ich brauch Silberherzen Bitte gib mir Silberherzen Automat Gib ihm Silberherzen Und noch ne Tiers ab Ach du Kacke Wie schnell schieß ich denn jetzt? Viel zu schnell Bam, 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 bam Ich hab richtig Angst hier stehen zu bleiben Okay, ich deck die ganze Oh, sehr gut Karte ist aufgedeckt Bei dir auch? Nein Und du weißt jetzt wo der Boss ist, ne? Ja, eventuell Yes, ich hab ihn auch gefunden Nice Verdammt Verdammt Ich hab noch nicht den Weg dazu freigesprengt Äh, freigelaufen Ich weiß nur wo er ist So, auf geht's Und ich besiege jetzt noch ne Tiers ab Beal, du schäse, du Ja, hast du, bist du grad schon beim Boss? Ich bin beim Boss Ich besiege jetzt Isaac Okay Okay, du kriegst erstmal fett auf die Fresse Komm schon Gisch, mach ihn fertig Go, 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 go Ich bin so gespannt, was in der Truhe ist So, direkt zum Boss Und er ist Toad Sehr gut Ja, ich bin hier auch später rein Ja Oh, ich bin aufgeregt Ich bin so aufgeregt Oh, da wurde ich getroffen Da hätte ich eigentlich ausreichen können Aber ich hab ein Schutzschild Was macht dieser blöde Pilz hier Jetzt muss ich nachlesen Das ist das Ding Ich muss jetzt nachlesen, was die Dinger machen Ja, ich hab keinen Der ist ab, Damage ab Wow, der Pilz ist ja gut Beatdown, aber dafür ganz viel Zeig Ich glaub, den nehm ich Ne, soll ich mir diese, ähm Ne, nehm nicht den Ort Mushroom Nimm ich Der macht, glaub ich, Damage Down Oder welchen hast du? Ich hab Ich hab den Ort Mushroom hab ich genommen Ich glaub, der macht Damage Down Und dafür Tiers ab Ne, da steht Plus 0,3 Damage Ah, okay, dann war's irgendein anderem Den ich gemeint hab Ja, äh, 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 äh Okay, gut, ähm, soll ich die Priesterhaube mitnehmen? Ich weiß gar nicht, was die so macht Habit? Ja Äh, welches Letters'n-Item hast du? Würfel Ja, da bringt's ja eigentlich nix Da, ähm, jedes Mal wenn du Schaden bekommst, dann Oh, ne Dann wird Dein Letters'n-Item um die Hälfte aufgeladen Oh Gott, mein Leben wird zu knapp Oh, Guardian Angel, nice Mein Leben wird gar nicht knapp Beim Sterben, oder was? Nein, ich wollte Oh, ne, nein Hör auf zu sterben Ich sterb nicht, aber Ah, ich krieg Oh, ne Super, äh, Doppel-Lust 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 Ich hatte grad'n Item, was mich quasi Gesaved hätte Und ich hab's neu gewürfelt, weil ich das andere Item neu gewürfeln wollte Achso Ich mach grad richtig viele Flüchtigkeitsfehler Sag mal, bist du schon in der Chest? Ja Ja Ernsthaft? Ja Okay, jetzt klingst du, als würdest du mich verarschen Verfahrst du schon, oder? Nein Scheiße, okay Oh, ich hab auch Doppel-Lust, das heißt, du bist wirklich bei Alter, die sind ja schnell Das Problem ist grad, ich hatte das Herz, was alle Herzen vollfüllt Ja Und hab's neu gewürfelt, weil ich dumm bin So, ich hab's genommen und mich geheilt Ja, weil da war noch ein zweites Item im Raum, was ich neu gewürfeln wollte und Das ist Oh, es gehen nur beide gleichzeitig Oh ne, oh ne, oh ne Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne Oh, ich flieg ja, ich kann hier einfach über die Spur Was machst du? Bitte mach volles Leben Oh, tatsächlich Oh ne, jetzt hab ich sie verschwendet Was ich nicht wusste Ah, ich kann hier das neu würfeln Vielleicht bekomm ich hier noch irgendwas raus Guardian Angel Hat der Guardian Angel Schuss abgeblockt, oder? Ähm, ja Ja, ja, ja Okay, sehr gut Nee, er ist wirklich in der Chest Scheiße, du bist wirklich in der Chest Ich rappe genug Ich bin ein Spion Ähm Ah, auch alles Bullshit Natürlich kommen hier Reiter Ja, brauch ich nicht So, komm schon Wo gehst du rechts Nach rechts lang? Äh, 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 oh ne, der Epic Fidus ist bei manchen Gegnern echt so ne Qual Gott, der hat Gott sei Dank zu wenig Leben. Der dürfte nach drei kaputt sein. Yes. Oh ne. Spinne. Schaden bekommen. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Ich werde gerade von Daddy Long Legs fertig gemacht, ey. Das ist überhaupt nicht witzig hier. Hrrr. Ja, da wird auch richtig durf mit dem Epic Fidus zu treffen sein. So, schnell zurücklaufen. Oh, ich schaff das nicht. Doch, du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das, Holly. Nein. Nein. Aus Ende, finito. Nein, ich hatte hier unten. Nein, Holly. Du überlebst. Nein, ich bin tot. Nein. Guck mich nicht an. Du hast den Boss gefunden, oder? Nein. Doch, jetzt habe ich ihn gefunden. Yes. Oh verdammt. Gut, dann hat Holly gewonnen. Nein, aber ich kämpfe hier gerade gegen Doppelmonster und die sind ziemlich crazy drauf. Konzentration, Konzentration, Konzentration. Wo ist denn der Boss? Okay, und jetzt Herzen sammeln, jetzt Herzen sammeln. Ah, ich habe alles erforscht. Alle, nee, nicht alle Richtungen, aber fast alle Richtungen. Und der letzte, die letzte Richtung wird es sein. Oh, die Zuschauer schreiben, das schaffst du, wir glauben an dich. Das gibt mehr Power. Ich glaube an das Herz der Karten. Ich will mal ganz kurz hier rein schnuppern. Aber ich will auch noch was anderes holen. Pass auf, bevor wir reingehen, will ich noch kurz das Book of Belial holen, damit wir auch wirklich Schaden machen. Damit wir den Maudado weghauen. Ach ne, ich habe gar kein Vollgeladenes. Nach oben oder nach rechts, nach oben oder nach rechts. Oh, ich würde gerne bei Holly reinschauen. Aber ich darf das nicht. Ich gehe jetzt nach links und hole mir Book of Belial erstmal. Belial, achso. Achso, nochmal neu würfeln. Ähm. Ähm. Das Damage Up. Beat und Damage Up. Nice. Jetzt noch Book of Belial. Nice. Och, drei Silberherzen. Oh ne, oh ne. Okay. Wir sind bewaffnet. Wir sehen aus wie eine Zahnpasta-Dube. Oh, der ist Longleg, heißt ich bin hier richtig. Scheiße. Okay. Das heißt du bist da. Nein. Das heißt ich habe genug Zeit. Auf geht's. Auf einsetzen, stimmt ja. War ja was. So, oben oder unten, oben oder unten. Ah, falsche Richtung. Oh, go, 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 fliegen, mach den fertig. Oh, Silberherz. Oh, Quatsch. Das bringt mir nix. Oh, Tierstar. Ich hab ihn besiegt, hab ihn besiegt, hab ihn besiegt. Oh. Ja gut, dann mach ich's auch noch schnell. Boah, aber nur mit zwei Herzen überlebt ihr. Das heißt ich kann jetzt essen. Das ist sehr gut. Unglaublicher, Mann. Unglaublicher, Mann. Ich hab alle falschen Richtungen gewählt, die man nur wählen kann. Da muss man echt Glück haben, aber ansonsten. Sehr geiler Run. Oh, ich hab alle falschen Richtungen gewählt, die man nur wählen kann. Würde dir gerne sterben. Dankeschön. Noch einen Schlüssel, den brauch ich nicht. Und dann besiegen wir mal das Blue Baby. Du wirst kein Problem mehr sein. Stier, Blue Baby, all die Jahre. Okay, ich hab einen Guardian-Engel. Du wirst auch kein Problem mehr sein. Essen im Stream. Was ist daran... Ich hatte halt keine Zeit, ne? Lieber essen und stream? Ja, ich hab ihn gehetzt. Ist alles meine Schuld. Ist alles meine Schuld. Gut, dann hat jetzt der... der Holly das gewonnen. Aber wir besiegen trotzdem. Das Blue Baby war richtig knapp. Also war ein richtig cooler Run, muss ich sagen. Und wir einfach beide so... Zwei verschiedene OP-Kombinationen, beziehungsweise Items hatten. Ich bin an so vielen Sachen vorbeigerannt. Das ist echt unglaublich. Normalerweise würde ich nicht an so viel Zirk vorbeirennen. Aber es ist auch egal. Wir haben überlebt. Wir haben gesiegt. Bist du schon in die Kiste reingerannt? Äh, nein. Wollen wir gleichzeitig in die Kiste reingehen? Oh ja, okay. Dann drei, zwei, eins. Dann trinke ich jetzt erstmal Orangensaft. Das ist ja gut. Trink aus Ursaft. Na, hä? Also, Holly. Die Schweinchen. So. Noch ein Run, oder was? Wenn du Zeit hast. Ich hab Zeit. Wahrscheinlich wird das jetzt die richtige Katastrophe. Mhm. Ja, wir haben ihn gut eröffnet. Ach, hast du ertrunken. So. So. Puh. Holly, welchen Rang hast du bei Counter-Strike? Holly? Ja. Ich hab bei Counter-Strike, ähm, damit das jetzt alle, weil viele fragen, ich hab Supreme Masterclass oder sowas. Das ist gut. Vor Global Elite. Vorletzter Rang. Ja, wie gesagt, hab ich ja gestern schon gesagt. Das ist der Rang, wo es keinen Spaß mehr macht. So. Okay. Das ist Hollys Belohnung. Eine schöne, warme Mahlzeit. Streich das Warme. Haha.